äh ich habe nicht aufgepasst weiß nicht spinnt locker mit 64 mann lecker mio mit diesen 64 mann und ohne regeln das wird das wird eine katastrophe oh c ich sehe schon wieder die fg kugeln durch die gänge fliegen brauche ich hier einen sani oder munition ich mache muni definitiv ich hoffe ich bin im selben team du bist bei mir zwar geradeaus hast dich geradeaus fortbewegt hast aber die ganze zeit nach links gelaufen oder bist nach links gelaufen oh ehrlich stefan machst du mit dem ballistik shield das ist eine gute idee glaube ich wenn wir genügend mit dem shield hinbekommen können wir vielleicht sogar wenn wir bei bravo stehen in richtung charlie durch wo ist denn jetzt der seeluben team ne ich glaube da fliegen jetzt so viele granaten entgegen das würde ich nicht schaffen ich gehe nach unten dafür müssen die das gadget erstmal noch besser machen als dass das dann funktioniert ja ich gehe auch nach unten dann kriegst du nicht mal einen c4 vorne dran getatscht dann hilft das auch nicht so viel oben geht der anscheinend durch apropos ich gehe oben rein funktioniert das? dass ein teammate hier vorne ans schild c4 macht? nein da würde ein sniper durchgucken anscheinend da würde ein sniper durchgucken ich bin oben im form oh lecker scheiße die kommen von außen ah dee da ist alles voll ich bin im gegner team ihr seid aber ein wenig ja ich bin da das war ja squad voll das kann ich kurz ändern warte mal kurz ja naja welcher horse zuhörn ist hier denn ich habe den durchgang frei gemacht wir gehen unten durch Stillage ich bleibe einmal hey noch einmal hey alles von fröhlich weglasiert oh 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 boah ich habe es gerade noch aus dem Turmaus aggressively das merkst du wenn du da seine Farbe ändern von so hellen Grau in so ein dunkeles Grau Mhm. Dann geht er flöten. Die sind oben rechts bei Delta in diesen Räumen darin. Echt? Jo. Fünf oder sechs Stück haben sich darin verschanzt. In den hinteren. Ach so, sag das doch gleich. Da ist einer lang. Kriegst du? Du? Den, der nachgespawnt ist, den habe ich. Den anderen habe ich nicht. Da, um die Ecke rumliegen welche. Oh, hoppala. Oh, von Echoes. Ah, zu viele. Fünf Leute, die da liegen. Einer mit der Pecheneck. Und zwei Beine. Woll dich, Brian. Ah, das fehlt nix. Falsche Richtung. Geh außen lang. Hm, ich bin hinter dir. Da steht einer. Vorsicht. Was hat der denn hinter uns gemacht? Komm ich nie drüber her. Achtung, Achtung. Der kommt vielleicht. Der kommt über uns. Boah, der hätte mit der Pecheneck rumliegt. Der nervt. Oh, come on. Oh nein, die Granate ist zurückgekommen. No, no, oh. Okay. Äh, da gibts nur n Ding. Der links durch. Die ist frei. Doch nicht. Boah. Wir hätten durch sein können, aber die Idioten warten. Kommst. Achtung. Oh, ich hab nur noch 10 Schuss noch überziehen. Vorsicht. Drei, zwei, eins. Ja, Achtung. Da liegen zwei jetzt. Boah. Knapp ist das Ding. Schmiedertod. Ich hab halt auch einfach keine Granaten mehr. Mich auch nicht. So scheiße. Die liegen ja genau um die Ecke. Da kam ne Bulldog. Ich hab einen weg. Ja, der hat 88er Kill hierfür. Liegt da hinten. Wir bräuchten echt mal nen Sniper, gell? Wenn ich das nächste Mal sterbe, kann ich ja wechseln. Ich hab nen DME, aber ich hab von hinten was gekriegt. Ich bin Sniper. Ich bin Sniper. Oh, Sniper. Geh, ich liegt hier. Tod. Hinter mir. Ich bin nicht. Soll wir einfach mal. Soll wir einfach mal. Ich hab die Laser an. Soll wir zu viert oder fünf durchrennen und probieren. Das sind doch nur zwei Sniper. Ja, und ich kann euch wiederbeleben von hinten. Ja, ich kann auch wiederbeleben. Moment, ich lade nach, dann können wir gleich mal durchrennen. Außen rechts, 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 rechts von uns. Ich hab einen weggeholt. Ja, links stehen zwei, kommen jetzt über den Hügel. Acht und zwei über den Hügel. Die sind ja nicht mehr lange. Einen hab ich zu sehen. Schön, Würde. Den anderen hatte ich. Geradeaus. Den hab ich. Oh, scheiße, ich möchte hier einigen. Ich renne nach links rein. Alles voll. Oh, fuck. Weeeeg. Oh, kam da viel Feuer. Da sind wir ja schon. Ja. Oh, die haben... Die haben gleich nichts mehr zu bleiben. Hä? Äh, wir sind ja quasi schon... ...um, da oben. Wo ist weh oben? Ich hab mal ein bisschen mit Claymos rumgeschmissen. Ich bin mal raus. Ich bin mal raus. Shit, shit, shit. Die kommen von hinten. Die, von hinten. Ja. Und hier. Ganz links durch. Was heißt ganz links? Oh, ich hab keine Moni mehr. Ja, gezielt. Hast du schon 100 Bohnen da drin? Und dann gehen sie dir trotzdem aus. Danke. Einer rennt durch. Oh, da liegt noch einer. Da liegt ein. Oh, der ist voll. Voll reingehalten, aber kein Sonnese. Schön zwischen den Kisten hat er sich versteckt. Alter, jetzt ist das halt der übel krasseste Basel. Von hinten, du. Von hinten. Was ist denn von hinten? Ja, weil wir sind grad in die andere Richtung gegangen. Und dann ist hinten immer die Richtung, wo wir nicht hingegangen sind. Hinten ist immer unsere Base. Merken die das? Ja, davon geh ich eigentlich aus. Aber... Das Lustige ist, wenn ich meistens anfange in den Spielen zu sagen, die kommen von Westen, dann weiß keiner, wo Westen ist. Das ist genauso hinten. Weiß man ja auch nicht. Weiß man ja auch nicht. Das ist über dein Minimap, da musst du kurz gucken. Den kann man Leute nicht wiederbeleben, die in der Deadzone liegen oder was. Nein, außen. Lade. Ja, ich geh mal nach außen langsam rüber. Ja, ich geh hoch, komm lass mal hoch. Ach, da muss ich ja noch ne Treppe hoch. Hier ist Muni. Wo sind Muni Game Maws? Muni ist ne gute Idee. Dann bleib ich mal hier hinten stehen. Boah, fuck. Was? Toll aber. Na Deadcore, ich komme. Moment. Ja. Ah, hier kann man hoch. Das weiß ich. Boah, ich bin so fett. Warte mal ey. Warte mal ey. Ich hock mich. Klappt das nachher mit dem Hinhocken und dann drauf springen oder so? Ich bin drauf. Ich bin drauf. Boah, das war grad mega. Hab mit dem Muni für den Sniper gewählt. Der war in Nightcourt. Oh, Deadzone. Ah, da kommt was. Oh, die arme Sau, wenn ihr in die Kopfschule steckt. Es ist Feuer frei. Hab ich doch nicht. Hab ich auf. 2-2-1. Feuer. Feuer. Alter, ist das deponiert. Nach der Runde ist der Server garantiert halb leer. Ja, oh. Hitmann. Was gemeines? Drei Leute. Okay. Das war ja so perfekt, hey. Nooo. Nooo. Was? Ein Punkt reden. Ne, ich glaub nicht. Glaub nicht, aber da kommen auch 3 jetzt hoch. Das Stück seh ich da so ganz verschwommen. Ich hab grad extremes Roboter. Ich hab grad drei gekriegt. Ich hab grad drei gekriegt. Ich häng da fest, ich komm da nicht. Oh shit. Ich halt mich mal hier so ein bisschen defensiver zurück. Geht er aus mich, du Arschloch. Geht er aus mich. Komm ab, Commander Crate. Was zur Hölle, wie bin ich denn jetzt gerade eben da so locker flockig im ersten Anlauf hochgekommen? Ich bin ja normalerweise auch immer zu fett für solche Sachen. Oh ja, jetzt. Cool. Da ist einer geflogen, das sah lustig aus. Alter, jetzt. Jetzt wird er reingemörsert. Das wird jetzt fies. Krassescheiße, jetzt mörsern die den Eingang zu. Leck mich fett. Oh, da steht was. Jetzt lässt mich da mal hoch. Oh, bin oben. Ich glaub, die Franzosen regen sich grad etwas auf. Ist das Franzosen-Server? Ja. Oh, schade. Beinahe hätte er mit... Da kriegen sie es schon wieder. Irgendwelch über dem Deutschen in den Arsch getreten oder? Nichts? Wie sagt man so schön Geschichten? Wie sagt man so schön Geschichten? Das ist irgendwas gewesen. Ich hab noch im Kopf gesehen. Krieg dich gar nicht, sorry. Ist nicht zu holen. Oh, shit. Ja, mit dem M320. Jetzt kommen sie da zu dritt. Zwei down. Hahaha. Aber das mit dem M320 ist echt fies. Mal ganz ehrlich. Ja, das ist echt übler Shit. Das ist, das ist Bass W320. Ich meine, das was wir machen ist schon übler Bass W320. Aber rein M320 in den Spawn ist die übler. Ja, oder noch mit der Thraw hier wie der andere neben uns. Der Vogel hier. Das ist halt richtig hardcore. Hahaha. Jetzt müssen sich die Runden schnell vorbei. Hahaha. Ah, fuck. Hier wurde ich gar nicht runter. Oh, ich fall versacken. Kommt wieder einer. Hab ihn. Keiner. Ganz ehrlich. Von hier vorne kommt man da einfacher rauf, ne? Als wieder hinten. Da guckt schon wieder einer. Was? Hier vorne ist einfacher hochzukommen. Na Major, das schaffst du nicht, ne? Na, komm, komm. Hier, wir steigen hier. Ach, der stimmt. Hier drauf. Hier, dann bist du schon da. Ah, geil. Reinste Selbstmod für die da noch raus zu gehen. Das ist wesentlich einfacher. Ja, ja. Am besten du bleibst einfach hinten drin stehen und schaust, dass du nicht mehr stirbst. Toll, jetzt dachte ich, jetzt kommt sowieso keiner. Toll. Keine Chance. Den hab ich gar nicht mal getroffen, ey. Oh, ich hab nur 7 Schuss. Spots. Kann mich einer retten, dann kriegt er auch ungefähr. Naja. Liegst du? Ja, ich bin schon. Ist vorbei. Warnert einfach mal hinten. Der nächste, die die Köpfe wieder hochgestickt hat. Ey, ohne jetzt. Lilo? Wer? Ähnlich Major? Mit der XM25 mit der Burst? Ja. Was soll denn das? Oh, Headshot. Commander Craig kam wieder hierhin. PInK! Oh, der krieg ich ja. Ab 1. Hier. Gib ich dem Commander auch noch Punkte fürs Heilen? 1. 0. Nice one. Innu 20 2. Alter, guck mal wie wenig ich nicht. Scheiße. Lilo, Schmieren. schreiben? Ja, komm schon. Sehr ausgeglichen die Runde. Easy. Rausgehauen. Alter, diese Runde habe ich richtig Punkte gemacht. Ich habe nicht so viele. Ist da kaum einer gestorben? Ja eben. Alter, da hat ernsthaft einer 49,6. 34.000. Was hat der gemacht? Mit dem MG irgendwo an einem Punkt gehalten oder so? 48.000 Punkte. Oder das ist der Typ im Mörser. Oder der lag an der letzten Tür ganz hinten. Ah, dem Typ würde ich aber echt gerne mal zuschauen. Aber am weitesten innen, weißt du? Oh, guck dir mal die Gegner an, wie wenig Kids die noch haben. Ah, Dusk. Kommst auch. Schön. Alter. Ich glaube, die Folge muss ich bei Mindspanners hochladen. Base Rape in Perfektion. Ich hasse es eigentlich, sowas zu machen. Französisch.